Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Orks Must Die 2 mit dabei der Orkse Let's Play Hallöchen Leute und ich Hexium40 Gaming und ich würde mal sagen starten einfach. Ja lass mich noch ganz kurz ins Zauberbuch unten obwohl da steht Schädel verfügt bei null hat sich erledigt. Oh ich muss auch noch. Genau. Schon länger nicht mehr aufgenommen. Aber da meine neue Grafikkarte da ist, ist es ja jetzt wieder möglich. Yippie. Klingt sehr begeistert. Bin ich ja mal gespannt ob das jetzt hier alles läuft. Soll ich das machen? Los. Oh Leute das hab ich bisher gehört. Er hat nicht mal überprüft ob ich noch atme. Er nahm meine Armbrust und meinen Klingenstab an sich und ließ mich halbbewusstlos zurück. Ich könnte schwören, dass er dabei gekichert hat. Als ich spürte wie die Magie starb, war mir klar was er getan hatte. Er hatte die Welt gerettet. Aber um welchen Preis? Dürren. Hungersnot. Die Lage hatte sich seit den Orkhorden nicht gebessert. Ich war immer noch der älteste lebende Kriegsmagier. Mit letzter Kraft gelang es mir einen kleinen schwachen Spalt zu öffnen. Sie hatte ihre Schwächen. Das wusste ich. Aber zusammen als Team hatten meine beiden schwachköpfigen Ex-Lehrlinge durchaus Potenzial. Ok. Potenzial. Und da sind wir direkt. Ich hab wieder einen Kürbis auf dem Kopf. Boah ist die Maus langsam. Ja bei mir ist die mega schnell und ich hab keinen Ingame-Sound glaube ich. Sag mal was. Hello. Boah das ist mal auf mega leise eingestellt. Ich glaube das muss ich mir grad ein bisschen lauter machen. Sound. Gesamt-Lautstärke. Komm machen wir mal. Ja das war's immer mit der Lautstärke so. Ja. Ok das muss jetzt lang. So das passt äh. Da ist die Maus fast zu schnell. Äh wir haben lange nicht gespielt also nicht wundern. So wir müssen auf B jetzt erstmal unsere Sachen aussuchen und wir sollten verschiedene Sachen nehmen. Ah schön da ich hier 80 FPS habe. Das ist schön. Ähm. Ja. Gut. Ja was nimmst du? Da ist ein Spawn. Ne. Doch das. Da kommen die Gegner her ne. Ich glaub das ist schon da so am Wackeln ne. Ich denk mal. Kann auch irgendwie sprinten. Ja genau. Bei Zauberberuf. Stimmt. Ich kann da irgendwie. Ich hab hier alles voll gemacht. Ja. 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 Ja Nicht nur dort ausbauen, sondern erst hier bauen. Ja, dann geht nicht mehr. Ich hab einmal Pfeilband, einmal... Ja, ich seh das, ich seh das. Lol, warum kommt die scheiß Musik? Ach, ich dachte schon, geht's jetzt los, ey. Ich baue einfach alles. Ja, ja, baue... Deckenfalle, komm, ich nehm die. Ach so, da. Komm mal hierhin. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Und einmal dieses Sprung-Ding, kann ich bauen. Okay, ich nehm mal was anderes. Ich hab hier Felsbrockenrutsche. Wohl, das Bullshit, man. Äh... Armbrust, okay. Geister... Alter, schon wieder so lange her, ne? Diese Dingswand. Ich hab Teergrube, alter, stimmt. Aber ich mach erstmal alles weg. So, Teergrube nehm ich. Den geilen Zwerg nehm ich. Barrikade nehm ich. Ah, yo, ich hab die Barrikaden immer gebaut. Das hier und... Das kannst du auch. Aber bei so nem Teleport-Ding ist, glaube ich... Na... Teergrube hab ich schon. Wandfalle. Nehm ich mal die Wandfalle. Okay, ich bin ready. Soll ich erstmal nur diese Zwergen hier oben hinbauen? Die Handgranaten werfen? Warte, ich überlege gerade, was ich hier mache. Ich glaub ich mach das. Ich bin auf dem Weg. Gut. Ich bin so weit ready, glaube ich. Ja, ich bin überlegen. Ich kann Barrikaden bauen. Ich kann diese Zwergen bauen und... Und Teer fallen. Ich würd ja erstmal... Ich würd die Zwerge hier oben bauen, so. Ja so, ne? Die Zwerge können auch getötet werden, ne? Ja, aber die kommen nach jeder Runde dann so gesagt wieder. Aber, äh, sind sie Fernkampf oder machen die ne Nahkampf? Die haben halt... Ja, die werfen Sattgranaten. Na, schieb die nicht weg, man. Gut, soll ich, äh, die Horde rufen? Ja, sollte man mal machen, ne? Aber jetzt ist erstmal nahe dran gehen. Ja. Du musst da relativ schnell alles killen können. Alles klar. Bist du bereit? Ochs kommt herein. Karteitspaziert. Da kommen sie! Oha, erst mal diese scheiß kleinen Viecher. Oha, yo. Lol, große, schnelle Viecher. Die kenn ich ja gar nicht. Die sind neu. Oha, Alter, der, der, der Stunt mich. Oha, Junge. Einer ist durchgekommen, glaub ich. Jo, ich, ich hol ihn mir. Hab ich. Achso, der lebt noch. Jetzt kommen die von der anderen Seite. Scheiße! Schnell, lauf! Run, Forest! Run, Boy, Run! Long Jump! Uah! Jetzt kommen die von beiden Seiten. Das ist doch echt nütz. Ach ja, ich konnte Dauerfeuer machen. Oha. Hier ist ne Heilung und du kannst dich heilen. Ja, mach sch... Wenn ich jetzt weggehe, dann ist es blöd. Oh, die andere Tür kommt auch welche. Ja, ja. Oha, Junge, 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 Junge. So knapp. Hahaha, scheiße, ist doch ein Witz. Und als erst die zweite Welle. Oha, ich bin schon nah dran. Oha, Alter. Alter! Ich hab' erst mal gestunt, aber... Boah. Ja, aber ich weiß nicht, was sinnvoller jetzt grad ist. Oha, 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 oha. Oha, Junge, und die nächste Welle kommt direkt. Ich glaub' es hackt. Oha, Junge. Kümmer du dich mal... Komm, wir müssen uns um beide Türen kümmern. Kümmer du dich um die... Und nicht um die andere. Oh Gott. Wenn Hilfe brauchst, schrei. Heilung ist hier, ne? An der Tür. Oh, ja. Auch Pioniere, das ist glaube ich... Das sind doch die, die sich in die Luft sprengen, oder? Ja, das sind die Selbstmörder. Heilung ist bei dir, ich komm' mal dann zu dir. Ja. Wo denn? Äh, links in der Ecke, vor der Tür. Oha, Alter. Links in der Ecke, vor der Tür. War eine Flasche Heilung. Der grüne Punt auf der Karte. Ah, jo. Ja. Oh, Junge. Noch eine Heilung hier. Bist du? Links. Ja, ich... Hab's. Hoffentlich, ja, hab's. Jetzt... Ah, jetzt brauchst du Heilung, Mann. Ganz genau. Ah, ich muss schon gehalten. Ah, jetzt können wir wieder in Ruhe bauen. Ach, wir können in Ruhe bauen, gut. Junge, ist schon richtig... Stressig, ey. Ja. Ich baue einfach... Einfach als Kalt die... Mörsertypen, weil die sind echt ganz gut. Also die haben ihren Job schon erfüllt. Warte, äh... Wir könnten mal nochmal drehen... Mit... R... Für... Schießt die auf die andere Seite wieder, genau. Dann sind die wieder weiter weg. Ich glaub das... Nein. Einfach Orks dazu geben und Pyrian. Ich hoffe eher, dass die ins Lava geschossen werden. Ja, aber im beiden Fall ist das ganz gut. Ja. Das ist halt so immer, ne, dass die hier oben... Die... die können nicht angegriffen werden. Das heißt, die machen halt die ganze Zeit dauerhaften Schaden. Das ist ganz... Echt ganz gut. Dann wird die aber eher hierhin positionieren. Bleiben die eigentlich jetzt, wenn ich die verschiebe? Ich hab keine Ahnung. Ja, die rennen sie schon ein bisschen von alleine rum, aber... Ja, wobei... Ja, hauptsächlich auf die Seite, aber die ist ja auch nicht verkehrt. Ja. So, ja komm, lass die einfach so. Ist schon okay. So, hast du Punta ausgegeben komplett? Ja. Soll ich G machen? Äh... Von beiden fallen kommen die dann, ne? Äh, vermutlich, ne? Ich könnte nämlich erst nochmal um das eine Tor dann. Da liegt doch noch irgendwas gelbes, was das wohl ist. Ich glaub so ne goldene. Wofür sind die eigentlich gut, ey? Ach, guck mal! Ja, da kriegt man unten, kann man mehr bauen dann. Ach so. Gut, ich bin ready. Ich auch. Die Schonzeit ist vorüber. Oh nein, ey, meine Erzfeinde. KennyS, alter. Oh Gott, die Flitzer kommen, die Flitzer kommen. Und wie sieht's bei dir aus? Noch ist er stabil. Was ist denn da? Das ist scheiße. Ja. Hier sind so übelst kranke, riesen-OGA, alter. Ich hab ganz viel Heilung bei dir Ja, ich brauch was Ich komm mal rüber Ich glaub diese Feature, die Bombenwerfen Die sind nicht so effektiv bei dir Ne, meinst du nicht? Ne Ich werde die dann auf jeden Fall nachher nochmal austauschen Dann am besten gegen Barrikaden oder so Oh Gott, das klingt echt Ja, die waren bei mir grad schon Und diese Orgas Schwerer Orkkrieger, Junge, sind die behindert, Mann Ja, die haben ja mega die Rüstung jetzt Und da kommt auch wieder so ein Rennviech an Oh, ich krieg so viel Oh, Junge, 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 Junge Jetzt wird's gleich Oh, jetzt wird's böse Bei mir kommen ganz viele Rennviecher durch Ich hoffe, die kriegst du noch alle Ich kümmere mich um die schweren Brauchst du Hilfe? Es geht noch Okay, gut Ja, ich brauche noch mal ein paar schnell Ich habe nochmal drei neue hingebaut Ja, treffe ich den nicht Oh, mein Lieblingsgegner hier Boah, ist echt ein richtig, richtig böses Viech, ey Dieses Sprintding da, weißt du, aber das große Ja Pass auf, Pioniere kommen Da, daneben geschossen Oha Haha, die Granaten, Alter Jungs, die sind so übelst krank Weil ich kann die genau an der Stelle dann so festfriesen, weißt du Dass die stehen bleiben Und dann, äh Schmeißen die ganzen Granaten da rein Ja, bei mir steht, es besteht momentan Probleme mit dem Netzwerk Warte, bitte kurz ab Oder beende die Verbindung Oh Nein Nicht ernsthaft Äh, ja Da würde ich mal sagen, ist da Als zwangsweise Pause notwendig Oh ja, ja, würde ich auch mal sagen, ne Alles klar Dann Bis später Bis später, haut rein Tschüss